ARD Text im Auftrag des ZDF für funk 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 Der Turret ist weg. Eigentlich sind die auch noch zu dritt auf dem Punkt. Unser Team hätte eigentlich angreifen können. Unser Team greift doch gerade an. Aber irgendwie auch noch zu dritt. Jetzt sind zwei Tod. Jetzt sind alle drei Tod. Also ich hab die Moira und den Torbjorn richtig lange vom Punkt weggehalten. Ich hab den Turret gemacht. Ja, siehst du, wir haben unseren Job getan. Ja, wobei ich weiß nicht, wie viel Turret wegmachen mein Job ist. Aua! Als du führst eigentlich gar nicht. Nehm. Fack. Sehr gut, zwei sind down. Turret are down. Ult kommt. Ult trifft nix, warum auch immer. Wo stehen die denn alle? Auf den Punkt drauf. Orisa down. Torbjorn low. Anna down. Ah, Turret steht schon wieder. Ah, fucking shit, man. Nein! Es hat jetzt nur der Torbjorn gerettet, ne? Das ist echt lächerlich. Der Torbjorn hat das geregelt, ja. Mein Ultimate ist fast fertig. Mein Ultimate ist fast fertig. Die hätte ich da jetzt nochmal richtig schön... Da hätte ich den Turret kaputt gemacht und Torbjorn. hier. Hier. Ab die Mauer. Okay. Ab die Mauer. Okay. Und die ganzen Symmetra-Dinger. Die Anna ist hier... Und macht Stress. Der Turret... Der Turret steht schon wieder! Ach, Gott, Leute. Der war direkt hinter dir. Was machen denn die Tanks? Scherben. Wieso? Hä, das kann doch nicht sein! Genji old. Ich mein, ja, ich hab grade zu lange für die Anna gebraucht und die Sarai gestorben. Aber what the fuck? Den Turret hast du nicht mitgekriegt. Ja, wie soll ich den Turret auch machen, wenn der Anna auf mich schießt? Weißt du? Mit ihren Granaten und alles. Haben wir... Die Mauer ist echt nie anwesend! Wieso schaffen wir das nicht? Das ist ne gute Frage. Ja, Genji hat mich gut. Warum auch immer er da lang läuft. Reinhardt macht noch nie sein Schild. Jetzt Charge da rein. Wie stehen die mit sich? Wie stehen die vom Punkt? Ich muss meinen Namen reinwaschen. Ja, Torbjörn. Okay. Multencore. 40 Sekunden noch. Wo ist dieser Teleport? Wir hätten den schon dreimal haben können, den Punkt. Wir hätten den dreimal haben müssen, den Punkt. Ja. Ach, was? Fucking Anna. Ich weiß nicht, ob ich da noch viel regeln kann eigentlich. Schick meinen Drachen los, Jürgen. Bis ich da bin. Schön auf den Punkt. Ja. Habe ich auf Richtung Punkt geschickt. 2 sind tot. Der Turret down. Einer wird gehittet von meinem Drachen, aber auch nicht getötet. Torbjörn down. Nein, auf den Punkt! Ach Leute. Ja, ich hätte noch auf den Punkt. Ja, weil die hier unser Rotor hätten noch auf den Punkt gehen können. Ja, ich war auch kurz vorn Punkt. Ich habe aber eher gekillt. Das war nicht gut. Highlight des Spiels. Kuh. Drückt Kuh. Ich habe hier nicht lags in OBS. Ich weiß nicht warum. Genji drückt Kuh. Von mir läuft es eigentlich. Das sehe ich auch im Video immer. Immer so ein lag. Das nervt mich voll. Genji hat Kuh gedrückt. Fünf Goldmedaillen. Am Arsch. Ich hatte die ganze Zeit drei. Wow. Die ganze Zeit hatte ich drei Stück oder so. Kann ja nicht sein. Ich habe hier zwei. Zwei habe ich. Eine habe ich. Haben wahrscheinlich genauso viele. Ich habe Objective Kills. Ich habe die Fortschritt Kills drei und Eliminierung neun. 10 Fortschritt Kills hatte ich auch drei. So. Jetzt bin ich Torbjörn. Jetzt kennt mir keiner was. Eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Oder? Ja klar. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. So. Jede Wette. Wir werden direkt überronnen. Überronnt. Überrannt. Ich werde lieber gehärmenet. Wow. Habe ich nicht das Tanz-Mode hier? Nein. Das brauche ich noch. Torbjörn Tanzimo. Los Reinhardt. Schild. Ah lol. Die haben wir wieder. Nefi ist down. Ich habe es gesehen. Das war schön. Ich habe keinen Teil. Wann wird eigentlich die geupdatete Horizon Lunar Colony kommen? Weiß ich. Morgen. Stimmt. Können morgen kommen. Wenn wir gerade die spielen und die Folge dann kommt, dann haben wir die. Nein. Hier ist gar nicht gehabt, Befeb. Warum missbeäuchter? Sie wendet noch nicht. Der Feind ist dann unser Arzt. Da hat er nicht zu sein. Na, Willow. Was ist das? Wir nehmen halt immer montags auf. Immer wieder mal runter? Kommt die Erinnerung. Gut, das sind nur Squishies. Gehe ich halt auf Hanso. Die haben tatsächlich nur Squishies. Außer Brigitte. Brigitte geht nie down. Geht ihr nicht bald nochmal nerf? Erlösung. Die hatte ich gerade down mit. Ja, okay. Ich kriege down. Nach dem... Nach dem Dings... Down... Nee, down soll ich. Genervt wurde Hanso. Weil genervt wird. Hanso ist aber auch zu stark. Ja. Oh, sie ist zu low. Okay. Sie ist down. Oh, Willow hat mir den Kopf rasiert. Warte. Äh, im Eingang. Bitte? In der Tür. Ne, bitte. Hui, war das spannend. Ab ihn. Ah, jetzt haben sie einen Tank. Haben wir einen Heiler? Ja, Anna, wo ist sie denn? Wir haben keinen... Ja, Brigitte und Anna. Und Anna haben wir auch. Guck mal aufhören, meine Pfeile zu fressen, ihr Schweine. Danke. Ihr Schweine! Haben die Diva? Ja. Ja. Sehr gut, Nefi. Irgendwie werde ich ihn geheilt. Eingang kriegt. Iva kommt durch. Sniper tusch. Die Stunde hat geschlagen. Nein! Oh, ich hab nur... Der Pfeil war doch auf seinen Kopf. Bitte. Mach ihn. Von hinten. Warum bist du dahinten? Er ist von da gesprungen. Warum warst du dahinten? Weil ich gemolten Court habe. Dann läuft man dahinten. Dann muss man nach hinten laufen. Komm hier nicht hoch. Zu kurze Beine. Ah, was? Reinhard, das war zu spät. Ein, ein KP habe ich noch. Die Widow ist noch oben. Reinhard on the run, Leute. Mein Torred ist kaputt. Wo ist die denn? Da. Ah, was ist denn mit der... Die Widow? Dann hatte ich keine Chance. Widow ist irgendwo wieder. Ich habe ihre Steps gehört. Du bist. Er ist low. Der ist genauso gut wie ich. Der ist in meinen Turret rein. Genauso gut wie du. Genauso gut wie ich, ja. What the fuck, Widow? Als ob sie da sofort auf mich schießt. Einmal um die Ecke geguckt. Oh, die Widow! Gengu! Die hat auch an! Dauerhaft im Warlag, meinst du? Oh, Genji! Auto-Aim! Presku, Genji! Genji, play of the game! Gengu heißt er, Genku! Presku, Gengu! Presku! Presku! Natürlich frisst die Diva alle fein! Genji! Ich hab auch wieder. Ach, come on! Die Diva macht sich alle! Nein! Das war mein Geschütze! Die Diva macht sich! Jawoll, Reinhard! Ah, jetzt haben sie einen Hanzo, lol! Aber unser Hanzo hat gerade Play of the Game Goal. Das kann sein. Ich hoffe, wenn die Genji-Ult wieder mehr zieht, kotze ich. Das war nämlich viel cooler gerade. Ich hab nämlich einen Schuss daneben geschossen eigentlich. Jede Wette, ich bin wieder mit einer Karte da, mit Päckchen. Das ist auf E-Geducht. Ja. Ich bin eher so der E-Drücker. Oh, nice. Ui! Wo kommt denn der her? Das will er nicht versuchen. Haha! Hol mich! Nein! Nicht mit mir! Ich hab sie! Ich hab sie! Alles okay! Wenn man den Genji nicht töten kann, einfach deinen Schirm, wo er ihn nicht kriegt. Haha! Alleine, das willst du nicht versuchen, Genji. Wir konnten den jetzt Attack-Björn. Weil unser Björn so gut ist. Oh, wie viele, wie viele Multi-Kills wir hier haben. Boah! Wie wir die gerade zerstören. Einer verlässt schon das Match. Jawoll! Weißt du, wenn du joinst und Team-Kill kommt, dann weißt du Bescheid. Domeniki ist jetzt Master und macht uns fertig. Deswegen ist er nämlich ins Spiel gekommen, weil wir die so dominiert haben. K. K. Rachel kommt von rechts. Pff, wieso! Wie er den herhre läuft und ich mich nicht totkrieg. weißt du noch als man mit schroth dass das geschützt heile gemacht hat damals gute alte b derzeit doch da sind die an sie ist unbesiegbar du hast sie halb da macht sie dich noch mal da jedes mal wenn sie nicht trifft die sicher macht ein schild rein hat ja schon unsere heile heilen nicht kann das sein ja ich habe das gefühl wir werden jetzt kaputt gemacht der masterspieler der reingekommen ist ja ist so der spiel sind ja da ist manchmal game changer dieser auch von torsion ja dann anleasch das blade mal jetzt muss gehen will er von mir hau hin danke oh gott was ist das türmchen da ne er macht es doch es ist konnte nicht genji hat seinen reflex genau dann nicht mehr gehabt willow ist hier vorne ich hab sie zwei mal gehingelt wir haben auch kein player zu geben es hätte doofe genji mitkommen das ist das türmchen auch nö ermutend'n koth nein der gegnerische tor hat mich gemacht aber was passiert denn hier die war die haben das schon noch gewonnen um welches verloren die versteht vor unser unser unsere heile haben nichts gemacht ich habe nicht einmal hinbekommen glaube ich du musst und da hast du gerade grad es ist schön dass du 80 gegner eingeschlafen hast versteht man das aber hast du geheilt ne weiß ja nicht wow wie er sie erst noch angeguckt hat wie er so du die ah 930 amorten hehehe 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 hey Leute das macht ihr mir erstmal nach als Torbjörn und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin haut rein ciao haut